Du schaffst das. Hi, ich bin Nancy. Dieses Jahr stürzt du dich ins Abenteuer und riskierst was. Mach was Perverses. Nimm das Leben in Angriff. Hey, oh mein Gott. Du solltest das wirklich mal lesen. Wie finde ich meinen Partner in der modernen Welt? Das ist das Erkennungszeichen für mein Date. Ach so, ein Blankdate? Funktioniert immer. Du solltest es lesen. Das war ein internationaler Bestseller. Das war Fifty Shades of Grey auch. Noch so ein großartiges Buch. Nein, kein großartiges Buch. Wir erreichen jetzt die Sportreduzation. Jessica, ich bin nicht allzu spät, oder? Wie wollen wir uns begrüßen? Sollen wir einfach zu früh dafür? Nein. Hallo du. Also Buch, check. Online-Date, check. Worauf wartest du? Ich warte auf dich. Gut. Und du machst also Triathlon? Mhm. Ich brauch viel Kohlenhydrate. Ja. Ja, ich will auf jeden Fall Kinder. Ich mach mich aber deswegen noch nicht verrückt. Warum auch, du bist 24. Ich hab richtig Spaß. Ich hol uns was zu trinken. Nancy. Ja? Nancy Patterson. Wer ist Nancy? Ich muss dir was beichten. Ich bin gar nicht ein Blind Day Jack. Was? Bist du überhaupt 24? Nein. Pack 10 drauf. Ich wollte meinen Partner in der modernen Welt finden. Und wann hattest du vor, mich in deinen verrückten Plan einzuweihen? Ich meine, einige Menschen haben schon Schlimmeres verbrochen. Ich zermartere mir das Hirn. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Riesensack voller Lügen. Danke. Du bist so zynisch. Und du viel zu romantisch. Du bist echt kompliziert, Nancy. Was für eine Irre gibt sich als das Blind Date von jemand anderem aus. Es ist nicht gut gelaufen. Nein, es lief super. Hurra! Wundervoll. Ich weiß, das ist nicht gut. Ich habe heute einen Mann kennengelernt. Seit langem habe ich mich mal wieder ins Leben gestürzt. Und ich habe was riskiert. Bla, 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 Ende. Ein Happy End scheidet damit wohl aus, was? Was den Sex betrifft, ist alles drin. Weißt du noch, als du gesagt hast, lass uns das machen. Und ich habe gesagt, das mache ich nicht. Und ich hatte so eine Angst, ich bin fast gestorben. Wegen der verbundenen Augen. Ich habe es nicht.